Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben zwei harte Jahre hinter uns. Wir haben um unsere Unternehmen gekämpft, wir haben die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter abgesichert, wir haben viele Maßnahmen mitgetragen, auch wenn wir nicht alles verstanden haben. Jetzt aber müssen wir einmal laut werden, wenn wir sagen, runter mit den Energiesteuern und dazu brauche ich dringend Ihren Beitrag und Ihre Stimme auf unserer Plattform unter nimwas.at. Denn die hohen Energie- und Treibstoffpreise haben zuletzt ein existenzbedrohendes Ausmaß erreicht. Nicht nur für die Industriebetriebe, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Wenn ein Bäcker plötzlich Mehrkosten von 140.000 Euro für Strom und Gas hat oder Transporteure auf einmal um 100.000 Euro mehr für ihre wöchentliche Tankrechnung bezahlen müssen, dann schredeln die Alarmglocken. Unser aller Leben droht sich massiv zu verteuern, viel mehr noch, als wir es jetzt schon spüren. Momentan verdient der Staat durch die Steuern und Abgaben auf Strom, Gas und Treibstoffe jeden Tag zig Millionen an Euro. Es macht keinen Sinn, dass der Staat auf unsere Kosten zu den größten Profiteuren dieser Preislawine zählt. Wir brauchen eine rasche Entlastung durch eine echte Kostensenkung, eine faire Absicherung der Versorgung und einen Stopp der Auflagenflut beim Ausbau erneuerbarer Energien. Um eine rasche Entlastung erreichen zu können, brauche ich Ihre Stimme und Ihre Unterschrift auf unternehmwas.at Und ehrlich gesagt, jetzt gleich. Vielen, vielen Dank.